Hallo und herzlich willkommen zurück bei Generation Zero. Wir sind auf dem Weg zum Höllenschlund. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der ist da. Komm, das Stück gelaufen, wa? Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen Laufweg mit bei. So. Zapzadap. Jetzt hängt die Frau schon wieder. Oh, warte mal. Sollen wir mal mit dem Fahrrad? Nee, Fahrrad nicht. Nee, wir probieren es nicht mit dem Fahrrad. Jetzt hänge ich schon wieder. Warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Da muss ich lang. Ach, warte mal. Haben wir nicht auch noch Fertigkeitspunkte? Einen ganzen. Wollten wir den Ingenieur haben? Warte mal, Ausdauer. Mengehammer. Lauftempo. Ähm, bram, pam, pam, pam. Ah, nee. Ich weiß es nicht mehr, was wir mal machen wollten. Wurfpräzision, Wurfdistanz. Ähm. Das ist jetzt auch eine gute Sache, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ach, wir warten auf den nächsten Punkt und dann haben wir zwei Punkte. Dann können wir das frei entscheiden, wie wir das handhaben. Wo wir was reinbuttern. So, aber hier war doch auch der Feind unterwegs, als wir von von da kamen, oder? Wir sind doch von hier gekommen. Also zumindest von der Seite. Da lief doch da oben, glaube ich, irgendeine Patrouille, ne? Da ist doch was, oder? Wie ist Busch? Das sieht aber aus wie ein Läufer gerade. Kommt es mir nur so vor, oder ist das Spiel größtenteils immer in der Nacht? Weil ich kann mich jetzt kaum erinnern, wann wir mal Tag hatten wieder. Wahrscheinlich durchs tausendmal sterben. Nicht ablenken lassen, wir laufen gleich weiter. Oh, du Möwe. Da wäre noch eine Halle, gell? Ja. Ne, wir schauen weiter. Das war das Hörgarten, ne? Hier gibt's. Warte, der macht Breakdance. Step by step. Ooh, baby. Der, 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 der. Oh, jetzt hat er sich gefangen. Scheiße. Oh, das sind noch mehrere. Drei Stück. Warte, ich falle. Ja, ne, die patrouillieren auf meiner Höhe. Die laufen quasi zu parallel von mir, gell? Ach, das war der Rivale. 100%ig. Feige Sau. Du kannst es nur zu dritt. Pff. Ich muss es wieder sagen, ich bin von dieser Atmosphäre echt begeistert. Die gefällt mir sehr gut. Ja. Also dieses Licht- und Schattenspiel, das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch mit dieser, mit diesem leicht gezuckerten, was als Schnee hier sein soll, das ist richtig gut. Und dann diese Spur durchs Gras sehr gelungen und gefällt mir. Ich wechsle mal aufs Scharfschützengewehr. Ich glaube, wir sind gleich am Ziel, gell? Ne, sind wir nicht, aber das sieht auch interessant aus. Ah, ne, da waren wir doch, glaube ich, oder? Hingen wir da nicht fest? Oh, der täuscht das gerade. Äh, ich muss da hingehen. Der Zwang. Der Zwang. Hm. Der, der hat auch gerade was bunt geleuchtet. Warum ist denn da Feind? Ist das der Rivale? Der soll bloß abhauen. Den hab ich jetzt echt keine Lust. Da unten sind auch noch welche, oder? Ja, da gehen sie spazieren. Das kommt mir so voll, als ob wir hier schon mal waren, aber hier ist ein Gegenstand. Oh, nett. Campingplatz. Nee, hier waren wir. Hier waren wir. Der Herrschaftszeiten. Hier waren wir. Ich geh mal wieder in der gehockten Position, weil diese Krattler, die ziehen hier irgendwie Kreise. Ist nicht gut. Da, schau. Ach du, ei, ei, ei. Das sind zwei große. Oder gelenk. So, hab ich das jetzt für endlich gemeint, geht's einfach weg. Elsa, wir haben nicht eine Ahnung um etwas. Wir haben uns überlebt und ätet durch Konzertburke. Wem ich helvete versöke utplonen uns zum um wie rotte. Was? Nicht wem. Wir wissen nicht exakt, was passiert. Und wir starten nicht um utploning. Wir glauben, dass die 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 ist. Ist das dein Ernst? Ich muss jetzt diesen Tank da erledigen? Ah, dahinter ist noch ein großer. Warte mal, ich brauche mal kurz das Fernglas. Ist das hier mit drinne? Da ist es. Kurz auf die D7. Schwer. Da tempelt noch einer rum. Auch schwer. Aktivität ruhig. Mhm. Mhm. Boah, den schaffe ich niemals. Nur weil die liegt, kann sie da nicht runterzählen? Ist nicht schlecht. das könnten doch Schwachpunkte sein, oder? Ja, jetzt hat der auch noch Flammenmunition. Ja, das ist schrecklich. Ja, Oh, hier stehe ich eigentlich ganz gut, ne? Aber ich muss mich mal kurz heilen. Äh... Oh, vom Wege, ich stehe gut. Ach, komm! Ist das denn fucking ernst? Ich stehe mitten auf der Freien Pläne, was ist denn da los? Hä? War ich zu schnell unterwegs? Hallo? Das ist doch ein bisschen unfair. So, jetzt muss ich mal gucken, wie machen wir das am plötsten. Hm, scheiße. Ne, falscher Knopf, sorry, sorry, sorry. So. So, wie machen wir das jetzt am plötsten? Hier ist irgendwie Radioaktivität unterwegs mal wieder. Die da oben auf dem Berg, die sind auch das Problem, gell? Aber ich müsste mich auf den hier konzentrieren. All yes, es ist nah. Ja, genau. Und ich mach's auch noch auf. Oh, ich mach's. Oh, ich mach's. Oh, ich mach's. alter was schießen die denn guckt euch das an ist jetzt bin ich irgendwo alter technik ist gar nicht so mit kann das sein ja warte mal alles kann das gemacht schießen die sich gerade gegenseitig abwarten ich brauche nur irgendwas heilungstechnisches da habe ich noch ein hier das sind die stammelmäßigen ich habe drei art genannte menschen gebraucht drei hatte ich schon alter wird sie mich rollen letzte das war so klar kacke ich war ganz ehrlich wie soll ich den denn schaffen ich brauch andere waffen ich muss mich auch neu umdenken wie macht man das das ist eine richtige sau ich glaube ich nehme doch mal hier meinen na wo ist da 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 die nehme ich mit die mumpeln dazu da waren sie doch oder oder war das rauch emp geschoss nimmt damit dafür lasse ich die rauch da sehr gut die wollte ich auch noch mitnehmen die super scharf schützen gewehr da hatten wir eine dreier ist es wo ist es wo ist es wo ist es aber das hat auch eine bessere feuerrate da war das bloß eine zweier echt ne da ist sie doch die haben wir doch bin ich denn doof die haben wir dabei muss nur ausrüsten so ok jetzt lauf mal vor zum feind der ist da drüben halt warte 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 lass mich lass mich los so jetzt nochmal schnell dorthin so weit ist es ja gott sei denn nicht sind die gegnern wieder gespawnt aber warte mal ich kann aber schon die für die zu weisen können wir mal auf der ferne ein bisschen gucken ich hoffe dass die anderen weitergelaufen sind die anderen großen weil sonst bin ich echt am arsch jetzt bin ich ja ganz woanders wieder aber mir könnte auch ganz viel feind sein ich glaube da vorne sehe ich auch schon feinde ja da ist doch schon wieder einer oh fußball yeah hm oh jetzt bin ich genau auf die falsche seite gelaufen ist ja fix dann lauf mal dahin ist kurz ab oh was ist denn das hier ist das ne bunkeranlage ah kaputt oder? runterschlupf oh halt warte mal oh halt warte mal alter diese zecken ne ich könnte kotzen naja so wie nacht ich hier noch oh warte 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 der kriegt das nicht mit der weiß nicht wo ich bin der weiß nicht wo ich bin oh das war smooth das war gut das war gut das hänge ich irgendwo fest das hänge ich irgendwo fest ein schuss da brauche ich noch ein schuss da brauche ich noch einen schuss perfekt da ist irgendwo noch einer aber ich weiß jetzt nicht wo der ist kann auch draußen sein ne ich glaube schon den tank den tank den tank möchte ich aber gerne noch fertig machen oh der war der war souverän das könnte doch ein unterschlupf werden oder oh da 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 brauche ich mal net brauche ich mal alles net oh waffe ne schalte einfach komm das kurz ein ja es werden wieder einige schimpfen dass ich so viel munition dabei habe ich glaube schon ok hätte treffen müssen aber so kommen wir auch zu unseren punkten so wo geht es denn hier hin ich muss doch eigentlich bloß den tank noch kaputt machen scheiße muss ich nachladen oh in der luft geil so wie steht da wie steht da so da müsste noch einer sein alter ist so souverän wie das vorhin war aber so beschissen war es jetzt so so gehen wir weiter gehen wir weiter gehen wir weiter hellen schlund das passt sogar jetzt hängt die da oben rum an der decke oder was oh alter oh alter boah ich bin gerade zu ruhig nee warte mal ich brauche eine granate in der granate huch die vier war es oh die war irritiert durch die schuss äh durch die explosion cool oh spannend 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 da 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 na na warum hänge ich den ständig na sehr gut noch besser da kriege ich nur fallschaden wo bin ich denn jetzt eigentlich jetzt haben wir uns zu gut ausgerüstet die wirft aber auch immer wie so ein berserker gell krasser scheiß total sinnlos jetzt die granaten ververschwendet da war noch einer da war noch einer ja ist er nicht wahr so ein grattler so ein grattler geil ach nö tschüss ist das dein ernst jetzt muss ich warten bis die sich beruhigt haben oh wo bin ich jetzt eigentlich rausgekommen wo bin ich denn jetzt ach du oh ich bin ja kilometer weit weg und gut dann laufen wir wieder zurück weil da waren wir noch näher dran oder ei 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 so den höllenschlund erledigen tank ja das ist echt die hölle so was mir gerade so ein bisschen auffällt ist dass ich ziemlich ruhig bin das liegt wahrscheinlich daran dass ich einfach nur müde bin k.o. vor einer Woche geschafft so vielleicht sollte ich mich vielleicht noch eine Stunde hinlegen das wäre glaube ich gar nicht verkehrt so aber wir haben neue Bereiche kennengelernt und das ist cool das ist echt cool das gefällt mir ich habe gar nicht geprüft ob ich da reinkomme in die Tür aber ich glaube es ist eher derjenige da hat Dokumente das haben wir gegen den Städt aufgehoben gut dass wir nochmal geschaut haben so wie nah bin ich denn jetzt dran oh guck dir das mal an ich bin die ganze Zeit in die verkehrte Richtung gelaufen ja krass ja krass so 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 oh so geil das sieht so geil aus wenn die Sonne da hochkommt oh ich liebe es oh komm komm du Bergziege geh da hoch komm schon tu es tu es fürs Volk und Vaterland okay dann nur fürs Volk du komm schon ja vielleicht komme ich ja so besser hoch nee funktioniert nicht so 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 sind wir gleich da bitte nein 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 nicht fallen nicht fallen nicht fallen nicht fallen nicht fallen nicht ausrutschen bitte 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 komm schon wird dem Bild hier noch rum aber der müsste noch beschädigt sein gell so warte ich muss noch kurz wechseln für den Ergänzungen EMP Nee Oh das wäre doch eigentlich die Das muss doch Wirkung haben jetzt muss doch irgendein Wirkung ein Ziel haben der war gut der war gut der war gut der war richtig gut so so noch meinst Respekt letzter Schuss gell hör wo ist der hin Oh das kommt Gut, das kommt gut. Hä? Oh. Alter. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ach, komm, komm, komm. Geh kaputt. Oh, fuck. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Oh. Alter, 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 alter. Das war jetzt knapp. Die letzten zwölf. Scheiße, meine Gesundheit, meine Gesundheit, meine Gesundheit. Oh. Oh, oh. Nein, nehmen wir doch, komm. Die letzten zwei. Scheiße. Hab ich noch andere Money? Nee, ich hab gar nichts mehr. Warte, kurz Waffe wechseln. Äh. Bitte, lass mich nicht sterben. Ich nehme... ...die her. Oh, das haben wir gleich, hoffe ich. So, jetzt warte mal. Ich hab dort mein Fernglas dabei, auf der 7. Wie viel hat er denn noch? Status, 6%. Komm, verrecke, 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 verrecke. Der ist ja schon so gut wie hin. 5%. Jetzt ist er gleich im Niveau. Gleich haben wir's, gleich haben wir's, gleich haben wir's. Warte mal, kurz, kurz checken im Fernglas. 3%. Also, 3 Magazine. Ups. Mit dem MG. Vorher erwischt es mich. Ja. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh, tausend. Acht Punkte. Halt, 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 halt. Wir gehen ja außen rum. Scheiße, was ist drauf? Komm. Voll gut, wir haben's geschafft, diesen verfluchten Tank. Das war jetzt ein bisschen mühselig, aber taktisch gut gewesen. Wir haben erst die Explosiv-Sprengköpfe genommen, dann ein bisschen EMP, ein bisschen mit dem Scharfschützen, mit dem 50er Kaliber quasi bearbeitet. Das war gut, das war gut, das war sehr, sehr gut. Da ist schon wieder irgendwas, was uns wittert. Oh, Mann. Oh, Mann. So, Fräulein, was hast du hier? Also, hela den här Fenix-Greien är svår att tro på. Hur kom din, äh, na, Veronica på den här smörjan? Min, äh, Veronica. Veronica Nilsson. Data-Ingenieur, dvs. super-nerd. Hon jobbade på FOA 53. Forskningslabbetar, ähm, olyckan, hände. Jawohl. Wir haben es geschafft, wir haben endlich den Tank besiegt. Hier gibt es zwei Waffen in den FHO-Bunker, oder vier Bunker. Dann würde ich sagen, machen wir hier folgendes Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Generation Zero. Ciao, macht's es gut. Detta-Ingenieur, dvs. super-nerd. Detta-Ingenieur, dvs. super-nerd. Untertitelung des ZDF, 2020